Das ist ja geplant heute, wenn wir genug Kohle haben, fehlt Bier kaufen, Gras drauf, dann müssen wir mit dem Gras-Tex jetzt mal gepacken werden. Ja, das ist das Geld, was unser guter alter Landfahrt-Schein-Händler mittlerweile an uns verdient hat. Ich hätte uns mal kurz Vollmacht gegeben, dass wir Fahrzeuge... Tri-Six, genau, der alte Tri-Six aus dem LS9 und LS11 und LS8. Der ist immer geil im LS11. Der ist einfach da geil. Aber halt auch schon ein abgeranster teilweise. Dem, was ich hatte, der war geil. Moritz, tut mir leid, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich gucke keine Streams am Handy. Ist das Handy dann komplett schwarz, dann der Display, oder hast du noch deine Anzeigen, deine normalen? Ansonsten vielleicht mal neu starten? Ich weiß es nicht. YouTube-App starten und schließen, eventuell sogar komplette Handy einmal neu starten. Äh, normal ist heute YouTube nicht. Kommt drauf an, ob es auf der App oder auf der Seite kommt. Links am, hinterm Schneidbecker. Aber wir müssen langsam mal Spielerwechsel machen, sehe ich. Sind mich durch. Für die Runde? Aber wenn es überhaupt noch Spieler gibt, ne? Sechs Stück. Danke, Fireball. Ich muss noch die, die müsste noch. Wenn's rollen. Drei, vier, sechs, acht. Nein. Bisse. Nicht hab mal es zerstören. Hinter meinem Schneidwerk erfahren. Ein David kommt. Welche Nummer? Die? Vier und neun. Ne. Ja. Knapp vorbei ist halb, aber den halben. 95, ne? Ja. Ne, 95 doch. Stimmt. 95, David. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber 95 ist doch gut. Aber ja, schnell dran als... Warte mal, warte mal. Komm mal einen hohen Meter. Komm her, du. Oh mein Gott. Aua. Komm her, du. Das ist nach 22, guck mal. Komm her, du. Nicht weg. Scheiße. Ich find's immer witzig, wie der Haufen, wie du ablädst, ablädst, ablädst und irgendwann gibt's einen Haufen. Ja. Ja. Weil Jonas ist die Sechse in einem Büro und dann... Joma? Joma, du müssen mir mal einen GPS-Kurs, den ich hab, gleich. Drückt der da einfach kurz in den Haufen rein. Egal, rein. Moritz, ich würd höchstens mal neu starten, was anderes fällt mir beim Handy nicht ein. Ich bin dafür, äh, es sollte hier der reale... Oh, die 96. ...reale Verbrauch rein kommen. Wo brauchen die jetzt so viel oder was? Zu wenig. Ich hab jetzt 144 Liter von... Ja, wobei, realistisch, wir haben wahrscheinlich so 40, 50 Liter die Stunde oder so. Je nach Schleppe halt, ne? Und je nachdem, wie man fährt und was man macht? Ja. Aber dann... Weil ich würd sogar fast sagen, das passt eigentlich hier. 96. Nein, Lexi ist die 97. 98. Ah ja, es geht doch nichts über Passwort und nur, oder? Andry! 98. 98 und krass. 98 ist der Sebastian dann. 98 und krass. Und wie geht's? Hallo, liebe Andry. Ja, doch. Wir müssen jetzt aber mal Wechsel machen, ne? Ich brauch ein bisschen Ruhe. ich kann euch dann ja niemals nebenbei erzählen wie es mit meinem mit meiner map voranschreitet wird es so weit wenn wir uns die eigentlich vorm 9 mai schon mal angucken ja ich hoffe dass ich an meiner abfahre ich fahr jetzt kurz einmal neben dem blau noch einmal kurz den kurs bin in der plus 2 die menschen ja wir wurden gerade niemals zu schützen ja ich wollte gerade sagen das ist jetzt nicht mehr so verteilen sollen weil es ja jetzt sowieso weg welche hatten wir jetzt 8 und 97 warte du mal noch nicht 98 sagen wir mal ich habe heute leider kein foto für dich auf der 20 ist mein kurs eingespeichert auf der 20 das letzte was ich gehört habe war 19 wenn ich vordrängeln ist nicht ich war oben irgendwo durch und jetzt ich bin dabei gerade irgendwie ein bug ich laufe andauer drückt sich drücke keine taste du trinkst buttermilch ist der max dabei ab 11 Uhr bin ich dann ja auch nicht mehr auf dem server dann kann auch ein anderer für mich natürlich spielen ok max ja alles klar aber ist immer so problematisch bei manchen mit dem internet kann ich machen machen wir dann zu guter letzt ja wer kann denn jetzt eigentlich neu so schauen wir hier das stackel von oben äh nuke muss man gleich mal vorbeigucken ob er mit unserer schiebeband zufrieden dann ist doch nur ein bisschen weiter vornehmen ganz so schön so grenzfuhr ist die 99 nein vorgibt es hier nicht im raum zurzeit noch einfach ablehnen sagen richtig wie lange geht es bis 11 uhr machen wir und andere wie sieht es aus kommst du drauf und dann wirst du wieder geschmissen will ich schmeißt es schmeißt mich wieder also geht immer wieder aus das ist ja das problem was ich habe ich weiß gar nicht wieso es passiert johannes ich verstehe nicht ganz was du meinst es gibt die mods einfach so über den server schön ist eigentlich am einfachsten meinst du wir kommen bis runter oh müsste hier ich schäufe mal eben neu ich hab irgendwie nen bug ok hallo 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 das ganz kaputt oder kann man den noch kleben abgeschmissen nach der Nerva der war auch vorbei also Miguel entweder oder Sebastian wird jetzt 700 also die zwei die aktuell auf dem weg zur bga sind liefern sich jetzt aktuelle renner um der 100 st wenn die synchronisieren werden mal bis gleich ich hab noch chips so wenn wir hier die 100 Oktober voll haben dann geh ich auch auf Toilette Wie voll ist das Lilo? Skipper oder? Kann ich dir nicht sagen, ist Synchro. Vielleicht, wenn Synchro vorbei ist. Warum ist es pausiert? Also, 3,9 Millionen. 3,9 Millionen? Ja, okay, das Komma hat mich gerade verwirrt, aber ja. Mords gibt's aufm TS, TS-IP gibt's in der Beschreibung. So, jetzt hab ich das hier. Ähm, David? Ja? Schiefsweg. Also, so wie ich das sehe, ist Bastian 100. Alter, ich glaub, dass wir das zweite Ziel aufhört am Anfang. Das nicht. Alter, hier. Hier nur Timelapse wäre geil gewesen. Von oben, so wie das Feld immer kleiner wird? Oder nein, an der WGR, wenn's immer voller wird. Okay, das stimmt auch. Bei beidem, WGR und Winx. Ja, ich glaub, wir müssen noch mal zurücksetzen. Ne, Noob? Dann müssen wir das halt schon mal machen. Kann ich ja bei der zweite, ne? Kann ich ja beim zweiten Ziel. Ja, ich bin weg. Vielleicht kommt der jetzt mal wieder ein Abfahrer für mich. Ja, hier ist der auch der Louis. Und da muss ich mich angekehrt abfahren. Jürgen, ich hab' da keine Hexen auf Bild 29. Achtung, die Nummer 100, sie kommt. Sie nähert sich so langsam. Grüße, Max Weber. ja, zurück schneller, 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 hundertste Fuhre dann haben wir ja 5 Millionen um den Dreh im Silo, oder? 4 4? also derjenige der Schaufel gehabt, der hat nur noch 4 ach, ist so weiter, da denn da mit Gras ach du da, 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 da dann ist auch noch ne Grasfuhre oh nice das ist die Losberg Map, äh, Losberg Löshügelland vor allen Dingen, ich sag mittlerweile immer äh, Los Hügelland und Löshügelland also, ich verwechsel's genau aber das hier ist Löshügelland so, Miguel ist die 101 Ausrufezeichen also, Ausrufezeichen TS, Ausrufezeichen Map, so bezeichnend, hier ist ja auch zu hupen gehen hier leider nicht hier bei dir auch nicht glaub ich ach, ne, das ist klar dann müsstest du ein Nightboten machen ach, schön, dass du hupen kannst, Kias rumpf so macht man das so macht man das dann zieht es dann zieht es ja, dann zieht es auch schön aus mit so amateurmäßig rein quetschen ne, also, wenn wir's professionell machen dann muss dann Silo ja noch ein bisschen außerhalb der Treppen sein wobei dann nimmt er das vielleicht nicht mehr an, ne ja, weg im ja, das äh, Mook, möchtest du schlichten im Nachhinein, oder mach das jetzt mal bitte David, die 103 ja David, 103 knapp daneben, das war auch vorbei hier, sollt ihr mir das sagen, dass du 80 hast und wieder wird schon hier oben ab, alles festgeil wer zept da durch die Map echt? also Lexy ist ja der stille Beobachter, ne ja 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 weil wir machen das geordnet dementsprechend, also wir sind auch gerade voll der nächste Wechsel findet dann irgendwann nach dem Stream statt dann werden ja eben ein paar Flots frei genau und das, was dann auch ist, äh, ich denke mal die ein oder andere so